Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? For the ultimate addiction Are you ready? Ready Golf, I'm ready. Are you? Are you ready? Ready Golf, I'm ready. Are you? Hallo, ich bin Paul Dyer, Leiter der David Ledbetter Golf Academy in Deutschland. Kennen Sie schon Ready Golf? Ready Golf ist ein Weg, der durch verbesserte Spielgeschwindigkeit wir alle sehr viel mehr Spaß und Freude am Golfsport haben werden. Vor allem geht es mir darum, mit Verhaltensirrtümer aufzuräumen und euch die wichtigsten Punkte des Ready Golf zu zeigen. In unserem kleinen Film zeige ich euch in wenigen Minuten die wichtigsten Punkte von Ready Golf. Are you ready? Das ist Daniel, unser Mr. Wrong. Mr. Wrong spielt seit Jahren in Golfclub hoch zugeknöpft, nach der alten traditionellen Etikette. So wie Mr. Wrong spielt, ist nach Ready Golf leider nicht korrekt und war wahrscheinlich sowieso noch nie richtig. Und das ist Annalena, unsere Miss Wright. Annalena hat eine sehr moderne, flexible Mitgliedschaft in Golfclub Scharbeutz. Sie wird mir helfen, euch zu zeigen, wie man heutzutage richtig Golf spielt, ohne von allen Traditionen gebremst zu werden. Ready Golf, are you ready or not? Ready Golf, I'm ready. Are you? Are you ready? Hey, halt, halt! Ich hab die Ehre! Mr. Wrong macht das natürlich falsch. Beim Ready Golf spielt einfach derjenige, der spielbereit ist. Und nachdenklich davon, ob er die Ehre hat, das beste Ergebnis oder sonst was, wer fertig ist, schlägt ab. Und übrigens, ganz genau in den Regeln ist es eh nicht so richtig festgelegt. Ready Golf, I'm ready. Are you? Mr. Wrong war natürlich schon wieder verkehrt. Er hätte seinen Ball einfach schlagen müssen und dann mir hinterher suchen kommen, auch wenn ein Stück weiter mir vorbeilag. So wie Miss Wright. Die hat das alles korrekt gemacht, sofort zu ihrem Ball und dann uns helfen gekommen. Übrigens ist es auch so, dass der Golfer sowieso viel besser weiß, wo seinen eigenen Ball liegt und deswegen ihn besser alleine findet. Das Video entsteht in Zusammenarbeit mit der Golfanlage Seeschlösschen Timmendorfer Strand. Und obwohl auch im Januar das Wetter in Timmendorfer Strand hervorragend ist, trotzdem haben wir entschieden, ganz knapp nur nach Orlando, Florida zu David Ledbetter zu kommen und das Video hier aufzunehmen. We can rock the world around. We fit together. We were meant to be. There's some lovin' in the making. And it's made for you and me. Mr. Wrong war schon wieder wrong. Natürlich, nach Ready Gold hätte er sofort spielen können. Er hätte nicht so aufwändig seinen Ball markieren müssen für einen einfachen Putt. Auch wenn ich weiter weg war, habe ich trotzdem auf ihn warten müssen. Miss Wright hat natürlich alles korrekt gemacht, sofort abgespielt und fertig. Und auch ich habe mit meinem Wedge eingelogt, weil ich so nah dran bin, das hat das Ganze einfach beschleunigt. An dieser Stelle einen großen Dank an die Bundesverband für Golfanlagen, die uns bei diesem wichtigen Thema unterstützen. Ready Gold. I'm ready. Are you? We can make a little thunder. We can rock the world around. How we fit together. We were meant to be. There's some lovin' in our making. And it's made for you and me. Mr. Wrong war natürlich wieder falsch. Ich war noch gar nicht fertig und bin gar nicht am Grun angekommen, als er hätte spielen können. Er hätte diese wertvolle Zeit sparen können, genau wie Miss Wright korrekt gemacht hat unter Ready Golf. Mr. Wrong hat das unter den alten Regeln gemacht und so haben wir wertvolle Zeit verloren. Ready Golf. I'm ready. Are you? Baby, when it broke my heart. I don't know what to do. I just wanna mind my own. But it comes walking you. I'm in love. I'm in love. Ready or not. Ready or not. Friends all tell me straight away. Es geht darum, dass Mr. Wrong hätte Zeit sparen können. Während ich mit Bunkerharten beschäftigt war, hätte er Rubik spielen können. Natürlich hat er nach alten Golfregeln alles richtig gemacht und gewartet, bis er der weiteste Weg war. Aber nach Ready Golf hätte er es machen können wie Miss Wright und einfach seinen Ball spielen können, weil eben kein Gefahr bestand. Ready Golf. I'm ready. Are you? So, das war unser kleinen Film zum Thema Ready Golf. Viele, vielleicht ungewöhnliche Punkte, aber glaubt mir, das beschleunigt das Spiel und macht zudem auch richtig Spaß. Selbstverständlich gibt es auch viele andere Punkte, die schon bekannt sind. Aber für Anfänge vielleicht auch wichtig zu wissen. Bag immer in Richtung nächsten Abschlag stellen. Handschuhe vielleicht immer anbehalten. Und natürlich immer spielbereit sein. Wisst ihr was? Ab jetzt spiele ich auch nur noch Ready Golf. Are you ready for this? Aha. Mr. Wright. Mr. Wright. Ready Golf. I am ready. Are you? Sie wird mir helfen, euch zu zeigen, wie... Der hat vollkommen... Ohne von allen traditionellen irgendwelchen Sachen gebremst zu werden. Sie wird mir helfen, euch zu zeigen, wie man heutzutage richtig Golf spielt, ohne von allen Traditionen... Mammel! Mammel! Ready Golf. I am ready. Are you? Ready Golf. Are you ready? I am. Mammel! Mammel!